Musik Ich habe auf die Sechste auf Gümnige in die Füße gewechselt, von der öffentlichen Schule. Und dann bin ich nach der Sechste im Bankdorf hier, in die Siebte. Nach einem halben Jahr, drei Viertel, habe ich dann gemerkt, dass ich an die Sportschule könnte. Und jetzt bin ich hier in der Sportschule. Und ich finde es viel besser. Da habe ich mehr Zeit für den Sport. Für mich selber. Wir haben uns eigentlich über längere Zeit etwas schwer getan. Mit der Schule vom Nino. Die Belastung war relativ gross. Das ist nicht so recht angekommen. Man hat dann das Zusammenspiel zwischen Sport und Schule nicht funktioniert gehabt. Und dann haben wir über ein halbes Jahr gespräche geführt in der Schule. Sie sind nicht weitergekommen. Und haben dann auch noch Optionen gesucht. Unter anderem haben wir die Füße angeschaut. Und haben uns dann schliessendlich auch für die Füße entschieden. Wir waren sehr, sehr zufrieden. Wir sind sehr, sehr zufrieden gewesen. Wir sind gut angekommen in dem Sinne. Die Möglichkeiten sind aufgezeigt worden. Eigentlich keinen Stein im Weg geworfen, sondern genau das Gegenteil. Und das hat das Ganze dann natürlich sehr entspannt gehabt. Und der hat dann so auch Top-Leistungen bringen können. Sei das im Sport, wie aber auch vor allem in der Schule. Er wurde zufriedener und besser betreut. Was wir geschätzt haben, ist die zuvorkommende Art der Schulleitung auch. Dass man eingebunden ist in den Schulbetrieb oder in den Gesamtbetrieb. Und dass man dann eben so die Möglichkeit kriegt, um das individuell aufeinander abzustimmen. Wenn wir zurück schauen, haben wir, als er gestartet hatte in der Füße, wenn wir beide gesagt haben, das ist der beste Entscheid, der mir gefällt in den sieben Jahren.